Der Zweite hier Bei H&P in Dortmund Der Zweite hier Der Zweite Der Zweite Das ist der zweite hier, bei H&M in Dortmund. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es hier noch einen zweiten gibt. Ich habe gerade Flucht- und Rettungsplan geguckt und da habe ich den zweiten hier gesehen. Keiner weiß es anscheinend, dass es hier noch einen zweiten Aufzug gibt. Was ist denn das? Viel Vandalismus. So viel Vandalismus habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Das war 1983. Die Mitarbeiter gehen mit den Aufzügen mir nicht gut und Dächer haben anscheinend ordentlich gelitten. Davor ist auch direkt die Kasse. Boah. So haben wir es mit mir zu kommen.